Tägliche Andachten von Derek Prince. Gelesen von Daniel Tracy. 27. November. Jeder ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Gestern haben wir gesehen, dass es zwei Phasen gibt, in denen Gottes Gericht stattfindet. Zeit und Ewigkeit. Wir haben uns ein Beispiel für Gottes Gericht in der Zeit angesehen, als er die Menschen warnte, dass Götzendienst die Generationen nach ihnen betrifft. Gleichzeitig sagt Gott uns, dass er viel nach Kommen derer, die Gott lieben und seine Gebote halten, Barmherzigkeit erweist. Um ein vollständiges Bild von Gottes umfassendem Gericht zu erhalten, müssen wir jedoch auch die vielen Stellen in der Schrift berücksichtigen, die sich mit Gottes Gericht in der Ewigkeit befassen. Ein sehr klares Bild davon wird in der folgenden Botschaft des Herrn an sein Volk Israel durch den Propheten Hesekiel gegeben. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was gebraucht ihr da für ein Sprichwort im Land Israel, das besagt, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ihr sollt dieses Sprichwort künftig in Israel nicht mehr gebrauchen. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Ezekiel 18, die Verse 1 bis 4 Dieser Abschnitt zeigt, dass das Volk, als Gott Israel durch seine Propheten wegen seines Rückfalls zurechtwies, versuchte sich zu rechtfertigen, indem es die Schuld für seinen Zustand auf die Sündhaftigkeit früherer Generationen schob. Sie deuteten an, dass der nationale Niedergang Israel zu ihrer Zeit auf die Sünden ihrer Vorfahren zurückzuführen war und Gott sie daher nicht zurecht für ihren gegenwärtigen moralischen Zustand verantwortlich machen konnte. Gott weiß jedoch durch diese Botschaft Ezekiels diese Form der Rechtfertigung vollständig zurück. Obwohl der nationale Niedergang durch das Versagen früherer Generationen verursacht worden sein mag, warnt Gott sie, dass er jeden Einzelnen von ihnen für seinen eigenen moralischen Zustand verantwortlich macht und dass jede von ihnen in der Ewigkeit ausschließlich für seinen eigenen Charakter und sein eigenes Verhalten gerichtet werden wird und keineswegs für irgendetwas, das seinen Vorfahren getan oder nicht getan haben mögen. Diese Warnung wird etwas weiter unten noch nachdrücklicher wiederholt. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Die gesamte Anwendung dieses Textes ist individuell und persönlich. Die Seele wählte sündig, der soll sterben. Dies ist nicht das Urteil über eine Nation oder eine Familie. Das ist das Urteil über jede einzelne Seele. Das Urteil, durch das das Schicksal einen jeden Seele für die Ewigkeit entscheiden wird. Sie können mir gerne das folgende Gebet nachsprechen. Treue himmlischer Vater, ich danke dir für den wunderbaren Ausweg, den du für jede Seele geschaffen hast, die durch das Opfer deines Sohnes Jesus Ja zu dir sagt. Ich bin so dankbar, Herr, dass wir diese Errettung nicht nur in der Ewigkeit genießen dürfen, sondern auch jetzt in diesem Leben. Sein Opfer war mehr als vollkommen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020